das Beste ist halt immer Ende zu landen und dann erst aber dann am Ende zu landen dann bisschen chillen eigentlich wenn ich ich lande am Ende chillen 30 Sekunden und dann reife ich schon an so bin ich wo ich am Ende lande wenn ich gleich sofort zu Pleasant Park oder so und die Gegner umbrechen oder wenn da keiner sieht nämlich mit Kugela und Rentsche tildet wenn sonst zu landweilig ist dann kann ich mich ja mit Blut ausstatten ohne dass ich abgeschossen werde da wenn man am Anfang landet ist es nicht so geil weil man Minuten was geht dann? Prakt-Zeichen? ja 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 Das ist extra so gemacht, man nimmt die Schattengranate und man sieht doch den Bus, das hat wir gehen sogar mit extra, extra, weil es sonst unfair wäre. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo der ist. Jetzt da oben. Ich habe keinen blassen Schatten, da oben. Das ist das Schatten, da oben. Ich habe keinen blassen Schatten, da oben. Ich habe keinen blassen Schatten, da oben. Ich habe noch nie mal eine Pump bekommen, really. Ich hatte mal eine Runde, wo ich gar keine Pump hatte. Die ganze Runde lang und habe sie gerade noch so gewohnt. Das gibt es halt wirklich, wenn du die ganze Runde keine Pump findest. Und auch Gegner umbringst, die keine Pump haben. Das geht. Obwohl Pump sehr wahrscheinlich ist. Aber es geht. Und das passiert öfters und öfters und öfters. Wie jetzt? Ich finde nur Maschinenpistolen. Ich habe bis jetzt nur Tommy Gunn und sowas mehr abgebildet. So, dann gehe ich mal da hinten hin und buschen. Ich loote da nicht noch extra. Ich habe keinen Bock mehr zu looten. Vielleicht loote ich noch hier, aber sonst habe ich gar keinen Bock mehr zu looten. Und jetzt bin ich noch nicht. Best weapon ever, huh, in forever. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Abschieße und abholen, ne? Was ist das denn für ein... Echt, was ist das denn für ein Spieler? Anballern, abholen Bester Spieler der Welt Dann fahre ich weiter Echt? 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 Oh, wie ein Gegner Langsam wird es ein bisschen Öde! Komm her, ball! Also, wie ist das denn? Das war's. So lost, no? Ich weiß, dass man da drauf gehen kann. Das ist ein bisschen doofes Teil. So, jetzt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nein, dann nicht jetzt! Snipen war ne dumme Idee von dir. Das war's für mich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.